Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, Robins Finanzwelt. Heute habe ich wieder ein Update zur BYD-Aktie für euch dabei. Wir gehen hier kurz und knapp auf den Jahreschart zusammen ein und dann schauen wir uns hier die brandaktuellsten Infos kurz und knapp in der kurzen Analyse an. Und wenn euch mein Video in meinem Kanal gefällt, dann lasst doch jetzt gerne schon mal ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Dann starten wir jetzt hier auch direkt und zwar mit dem Kurs von der BYD-Aktie. Wir stehen ja aktuell bei 24,21 Euro hier in der Momentaufnahme. Wir haben Minus von 3,74 Prozent. Aber man sieht es hier auch im Chartbild, der Aufwärtstrend ist ganz klar intakt. Wir kommen von knapp unter 15 Euro her und man hat jetzt wirklich eine richtig schöne Rallye gestartet und der nächste Widerstand, der wartet jetzt hier beim letzten Allzeithoch bei knapp über 29 Euro. Und die Nachrichtenlage ist ja rund um positiv die letzten Wochen. Und wir schauen uns mal an, was jetzt brandaktuell ist. Ja, BYD hier mit starkem Comeback, ganz klar. Wie könnte es jetzt hier mit der Aktie weitergehen? Die BYD-Aktie hat sich hier eindrucksvoll zurückgemeldet, muss man sagen. Auch in den letzten zwei Wochen hat hier BYD wieder deutlich zugelegt. Einerseits liegt es vielleicht hier auch mit an dem IPO, was geplant ist für die Chipsparte. Und es gibt jetzt auch Gerüchte, dass BYD als Batterietechnologielieferant für das Apple Car hier in Frage kommen könnte. Und das Ganze gibt der Aktie natürlich Rückenwind. Ja, Apple könnte jedoch hier nicht der einzigste potenzielle neue Kunde werden. Immer wieder gibt es ja auch Gerüchte über mögliche Deals, zum Beispiel mit Audi, Kia oder Toyota, die sich hier eben für die Blade-Batterie interessieren. Ist eine ganz, ganz starke Technologie. Sie ist auch nicht entflammbar. Sie haben ja hier den Test bestanden. Und auch an sich die Technologie in der Batterie möchten hier sehr, sehr viele Hersteller haben. Das könnte für Zukunft natürlich lukrative Angebote oder beziehungsweise potenzielle Kunden locken. Ja, auch aus charttechnischer Sicht hat sich hier die Lage deutlich aufgehellt. Die Aktien von BYD sind auch hier in der zweiten Jahreshälfte zwar sehr stark volatil, aber der Trend ist ja tendenziell aufwärts gerichtet. Ja, und der seit Mitte Mai eingeschlagene Aufwärtsmodus ist weiter intakt, wie wir es gesehen haben. Daher könnte es hier auch zu einer Konsolidierung bis knapp 23 Euro kommen, weil das aktuelle oder obere Bollinger-Band deckelt hier aktuell bei rund 26 Euro ungefähr. Aber diesem kurzfristigen Aufwärtsmodus würde es hier keinen Abbruch tun. Und die Markttechnik zeigt sich hingegen neutral. Und somit muss man jetzt einfach schauen, wie es hier die kommenden Tage weitergeht. Und um gegen unerwartete Einbrüche gewappnet zu sein, bieten sich hier vielleicht auch Stops im Bereich 22,80 Euro an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Support. Hier wäre dann dieser Kurzfrist-Trend auch verlassen. So zumindest hier auch nach Charttechnik-Experten. Das sind mal so die wichtigsten Linien, die man wissen sollte. Aber grundsätzlich muss man eben wissen, dass der Aufwärtstrend ganz klar intakt ist. Zugegeben ist, dass die letzten Zahlen natürlich von BYD nicht ganz so berauschend waren. Der Kurs hatte hier im Vorfeld auch schon viel vorweggenommen. Das war positiv. Und vom Hoch korrigierte hier die BYD-Aktie um mehr als 40%. Was auch nach diesem Anstieg in einem Jahr durchaus auch gesund war, muss man sagen. Aber es bleibt dabei, hier die Elektrifizierung des Portfolios von BYD geht weiter voran. Und BYD hat mit der eigenen Batterieproduktion sowie mit der Blade-Batterie einfach hier ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal gegen vielen anderen großen Autodinos. Und auch das Momentum, das aktuelle, spricht auch hier weiter für die BYD-Aktie. Natürlich sollte man sich hier vor kurzfristigen Rücksetzern wappnen. Die Aktie ist weiter stark volatil. Man sollte sich hier einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es ist einfach eine ganz klare Long-Position. Sehe zumindest ich persönlich so. Also bitte jeder natürlich sein eigenes Bild machen. Aber es ist hier für mich ein Long-Invest. Und ich glaube, dass sie hier langfristig Riesenchancen auf dem Markt haben. Und ich glaube auch noch ganz, ganz viele Kooperationen schließen werden. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefallen hat, dann lasst doch jetzt gerne ein Abo da. Würde mich natürlich mega freuen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.